Hatten Sie jemals das Gefühl, dass sich hinter den Kulissen etwas Großes abspielt und dass die Menschen, die uns beschützen sollen, aus irgendeinem Grund ein riskantes Spiel spielen? Nun, es scheint, dass genau das mit unserer Außenministerin Annalena Baerbock und dem gesamten Skandal um die Visawa-Gabe an Afghanen passiert. Aber was passiert wirklich? Und was noch wichtiger ist? Wie könnte sich das auf uns alle auswirken? Fangen wir von vorne an, denn diese Geschichte ist eine von denen, die mehrere Ebenen haben und jedes neue Detail alles noch komplizierter zu machen scheint. Alles begann mit einem Verdacht, den Business Insider im Juli dieses Jahres aufdeckte. Annalena Baerbock könnte zusammen mit ihrer Außenministerin Susanne Baumann an einem Plan beteiligt sein, einen Mitarbeiter aus der deutschen Botschaft zu entfernen, der sich für strengere Visa-Kontrollen einsetzte. Der Grund? Vielleicht verstieß er damit gegen Baerbocks Wunsch, nämlich die Einreise von Afghanen nach Deutschland zu erleichtern. Aber war das alles? Oder steckte mehr hinter dieser Geschichte? Nun, der Verdacht wuchs, als neue Details ans Licht kamen. Und wie erwartet tauchten die Fragen auf. Warum sollte jemand einen Mitarbeiter entlassen wollen, der nur versuchte, seine Arbeit so sicher wie möglich zu erledigen? Hatten Baerbock und Baumann etwas zu verbergen? Oder glaubten sie wirklich, dass sie das Richtige taten, auch wenn das bedeutete, dass sie einige Regeln missachteten? Was auch immer die Antwort sein mag, Tatsache ist, dass dieser Fall immer komplizierter wird. Und wie immer werden die Dinge noch interessanter oder besorgniserregender, je nach Sichtweise, wenn wir den größeren Kontext betrachten. Sie erinnern sich wahrscheinlich an das Chaos des US-Abzugs aus Afghanistan im Jahr 2021. Es war, gelinde gesagt, ein Chaos. Und mittendrin saßen dort viele Afghanen fest, die in den letzten 20 Jahren für deutsche Behörden zusammengearbeitet hatten und nicht wussten, was aus ihrem Leben werden würde. Baerbock, so scheint es, wollte diesen Menschen helfen. Sie kündigte ein Programm namens Federal Admissionsprogramm, BAP, an, mit dem Ziel, jeden Monat 1.000 Afghanen nach Deutschland zu holen. Die Idee war edel, diese Menschen vor dem Taliban-Regime zu retten. Aber wie heißt es so schön, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Was dann geschah, war, dass mitten in diesem Wettlauf um die Rettung von Leben Vorwürfe des Missbrauchs und der Vetternwirtschaft auftauchten. Kennst du das, wenn du versuchst, etwas Gutes zu tun, aber die Dinge außer Kontrolle geraten? Es scheint, dass genau das passiert ist. Und die Folgen davon waren schwerwiegend. Aus Sicherheitsgründen wurde die Ausstellung von Visa für BAP und andere ähnliche Programme im vergangenen Jahr vorübergehend ausgesetzt. Doch die Ungereimtheiten und Probleme begannen zu wachsen. Und jetzt ist sogar die Justiz beteiligt. Die Staatsanwaltschaften Berlin und Cottbus ermitteln gegen hochrangige Beamte des Auswärtigen Amtes wegen des Vorwurfs, sie hätten Visumanträge mit falschen oder ungültigen Dokumenten genehmigt. Schlimmer noch, dies geschah sogar, nachdem Sicherheitsbeamte Bedenken geäußert hatten. Kannst du es glauben? Und dabei bleibt es noch nicht. Nun kommt es in der deutschen Botschaft im pakistanischen Islamabad zu einem Vorfall, der schwere Verdächtigungen gegen Baerbock und Baumann aufkommen lässt. Es sieht so aus, als ob das Loch viel tiefer ist, als wir es uns vorgestellt haben. Aber warum ist uns das wichtig? Nun, die Visa-Frage in Baerbocks Außenministerium entwickelt sich allmählich zu einem Skandal gigantischen Ausmaßes. Und dies kann sehr schwerwiegende Auswirkungen auf unsere Sicherheit und das Vertrauen haben, das wir in unsere Führungskräfte haben. Umso interessanter ist die Art und Weise, wie die Medien diesen Fall behandeln. Auf der einen Seite haben wir die neue Züricher Zeitung, NZZ, die Baerbock stark belastet. Der Zeitung zufolge sei ihr Ministerium außer Kontrolle und sie unterschätze das Ausmaß des Skandals bei Weitem. Und hier stellt sich die Frage. Werden wir über alles informiert, was wirklich passiert? Oder werden einige Dinge außer Acht gelassen? Die NZZ weist darauf hin, dass sich Baerbock gegen die Durchführung zusätzlicher Sicherheitskontrollen ausgesprochen habe, bevor Afghanen Ende 2022 nach Deutschland einreisen dürfen. Der Grund? Sie wollte nicht, dass das Bundeszulassungsprogramm gestört wird. Aber war diese Entscheidung wirklich klug? Oder könnte es sein, dass Baerbock uns alle in Gefahr gebracht hat, Als sie versuchte, das Richtige zu tun? Schließlich wurden auch mit ungültigen Pässen zahlreiche Visa ausgestellt, die möglicherweise Islamisten oder feindlichen Agenten die Einreise ermöglicht haben. Und als ob das nicht genug wäre, gibt es noch einen weiteren Aspekt dieses Skandals, der einen möglichen Interessenkonflikt beinhaltet. Ein Beamter des Außenministeriums ist mit einem auf Einwanderungsrecht spezialisierten Anwalt verheiratet, der offenbar afghanische Mandanten bei Visumanträgen vertreten hat. Und gleichzeitig hätte sie das Botschaftspersonal beraten. Denken Sie jetzt darüber nach. Hatte sie über ihren Mann Zugang zu sensiblen Daten? Deutet dies nicht auf einen möglichen Interessenkonflikt hin? Die Baerbock-Behörde hat bereits erklärt, dass sie nach Prüfung des Falles keine Probleme festgestellt habe. Aber kann man dem vertrauen? Nehmen Sie sich jetzt einen Moment Zeit und überlegen Sie. Wenn Sie Annalena Baerbock wären, was würden Sie tun? Einerseits haben Sie die Pflicht, Ihr Land und seine Menschen zu schützen. Auf der anderen Seite gibt es Menschen in einer verzweifelten Situation. Und Sie haben die Chance, ihnen zu helfen. Was aber, wenn Sie bei der Hilfeleistung am Ende die Sicherheit aller aufs Spiel setzen? Es ist keine leichte Entscheidung, oder? Was das Ganze aber noch komplexer macht, ist, wie unterschiedlich die Stimmen in den Medien und der Politik auf diese Situation reagieren. Eine ganz andere Sicht auf die NZZ hat beispielsweise der Sozialwissenschaftler Klaus Bachmann in einem Artikel für die Berliner Zeitung. Er lobt Baerbock für ihre Visapolitik und argumentiert, dass sie genau das getan habe, was die deutsche Öffentlichkeit 2021 gefordert habe. Bestimmten Menschen die Einreise aus Afghanistan auch ohne gültige Dokumente zu ermöglichen. Aber war diese nachlässige Haltung, wie er es nennt, wirklich das Richtige? Oder gehen wir ein viel größeres Risiko ein, als wir uns vorstellen? Wie denkst du darüber? Glauben Sie, dass Baerbock recht hatte, als sie versuchte, den Afghanen zu helfen, auch wenn das bedeutete, dass sie einige Regeln missachtete? Oder meinen Sie, sie hätte vorsichtiger sein und die Sicherheit Deutschlands über alles andere stellen sollen? Die CDU-Fraktion schließt die Einsetzung einer Untersuchungskommission zur Aufklärung des Falles weiterhin nicht aus. Und je nachdem, wie sich die Dinge entwickeln, könnte daraus etwas noch Größeres werden. Halten Sie weitere Untersuchungen für notwendig? Oder übertreiben wir? Andererseits fordert die AfD bereits die Einrichtung einer Untersuchungskommission. Das ist etwas, das die Dinge wirklich durcheinander bringen könnte. Aber es erfordert die Stimmen von mindestens einem Viertel der Abgeordneten. Und denken Sie, dass diese Kommission geschaffen werden sollte? Dies ist einer dieser Momente, in denen Sie das Geschehen nicht ignorieren können, ganz gleich, wie Sie sich dabei fühlen. Die Kritik an Baerbock wird schärfer und mit jeder neuen Enthüllung wird die Lage komplizierter. Aber sehen wir wirklich das Gesamtbild? Oder passiert hinter den Kulissen noch mehr, was noch nicht ans Licht gekommen ist? Diese Geschichte ist noch lange nicht zu Ende. Und es kommt noch viel mehr. Aber was denken Sie in der Zwischenzeit? Haben wir es mit einem Skandal zu tun, der das Vertrauen in unsere Regierung erschüttern könnte? Oder ist das alles nur ein Sturm im Wasserglas? Teilen Sie Ihre Gedanken mit und wir werden weiterhin im Auge behalten, wie sich diese Situation entwickelt. Denn wenn es um die Sicherheit unseres Landes geht, kommt es auf jedes Detail an. Und wenn es um die